Da ist sie! Höre, Mateus! Candy, bleib stehen! Candy! Gleich hab ich sie! Kloppenstopp! Hex, hex! Ja! Ja, Candy! Oh, Candy! Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Meine Candy. Na dann, schnell zurück! Fass fehlerfrei! Schwer diese Leistung zu überträffen! Gratulation für das Team Marvin Barth! Herrlich! Herrlich! Wo bleiben die bloß? Und jetzt kommen die nächsten Zahlnehmer. Unsere Kühe sind schon da. Aber wo bleibt das Martinshof-Team? Ich fordere ein letztes Mal das Team von Martinshof auf. Mann, wo bleiben die? Tja, das war's dann wohl. Endlich! Danke und viel Glück! Wir beginnen mit Ropey! Ja! Bravo! 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 Sehen Sie, als nächstes das Freestyle-Raining. Zunächst sehen wir also einen Back-Up. Und jetzt einen Spin. Fantastisch! Ja! Juhu! Super! Ich freue mich, die Gewinner des ersten Falkensteiner Western-Turniers bekannt geben zu dürfen. Der Pokal, verbunden mit dem Geldbrass, geht an... Das Team von Martins Home! Gratulation! Ja! Ja!